Servus und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Sven Galiske. Hier sind wir gerade im KFC in Nürnberg, in der Fischstraße 59. Wir haben gerade Chicken Hot Wings, wenn wir im KFC Hot Wings essen, 18 Stück. Wer zuerst gewinnt? Oder was denkt ihr, wer zuerst gewinnt? Bitte Kommentare abgeben, wir sind gespannt.